Der neue Medion von Aldi kostet 2799 Euro. 2799 Euro. Das ist ein Aldi-Rechner. Das haben wir uns auch gedacht. Was zur Hölle ist hier los? Wir haben das Ding getestet und ich werde hier nichts spoilern. Schaut euch den Test mal an. Zwei LED-Laufbänder am Gehäuse, dazu ein Drehknopf, mit dem sich Farbe und Intensität der LEDs einstellen lassen. Ja, dieser PC ist ganz offensichtlich kein unauffälliger Bürocomputer. Ein Fenster gibt Einblick ins Innere und auf die dort ebenfalls hübsch beleuchteten Komponenten. So viel Bling-Bling war selten und so viel größer auch nicht. Der Eraser ist so groß, dass er kaum unter den Schreibtisch passt. Mit Anschlüssen ist das Gerät reichlich gesegnet. Zwei USB 3.0-Buchsen gibt es vorne, dazu ein Anschluss für ein Headset. An der Oberseite ein SATA-Anschluss für eine externe Festplatte oder SSD. Hinter einer Klappe verbergen sich ein Blu-Ray-Brenner und ein Hot-Swap-Rahmen fürs kinderleichte Nachrüsten einer zusätzlichen Festplatte. Im Inneren gibt es jede Menge Möglichkeiten zur Erweiterung. Ein PCI-Express-Steckplatz in X16-Norm erlaubt die Nachrüstung einer zweiten NVIDIA-Grafikkarte im SLI-Verbund. Dazu gibt es vier PCI-Express-Steckplätze in X1-Norm, einen Mini-PCI-Steckplatz, drei 3,5-Zoll-Einbauschächte und zwei 5,25-Zoll-Einbauschächte. Schon ab Werk bringt das Gerät üppig Speicherplatz mit. Die schnelle SSD hat eine Kapazität von 477 Gigabyte. Dazu kommt eine klassische Festplatte mit stattlichen 3726 Gigabyte. Auch die restlichen Komponenten sind vom allerfeinsten. Die CPU ist Intels nagelneuer Skylake-Prozessor Core i76700K. Seine vier Kerne takten bei Bedarf mit bis zu 4 Gigahertz. Ein einzelner Kern verkraftet sogar 4,2 Gigahertz, ohne dass er durchbrennt. 32 Gigabyte Speicher stehen dem Prozessor zur Seite. Außerdem für die Grafik das aktuelle Top-Modell von NVIDIA, eine GeForce GTX 980 Ti mit 6 Gigabyte GDDR5-Grafikspeicher. Das Ergebnis in den Geschwindigkeitstests überrascht nicht. Noch nie hat ein PC die Teilnote 1,0 beim Tempo erreicht. Selbst kräftezehrende Spiele wie GTA 5 bringt der Eraser mit atemberaubenden 190 Bildern pro Sekunde auf den Schirm. Er hat also genug Reserven für kommende, noch anspruchsvollere Spiele. Auch bei aufwendigen Anwendungen wie Fotobearbeitung oder Videoschnitt zeigte dieser Rechner keine Schwächen. Doch es gibt sie, die kleinen Nachteile. Der WLAN-Chip des Rechners unterstützt nur den alten, langsamen WLAN-Endstandard. Und die Kiste macht trotz wassergekühltem Prozessor gewaltig Lärm. Unter Volllast waren es im Test 2,1 Zonen. Bei Office-Anwendungen dagegen ist das Gerät mit 0,7 Zonen recht leise. Im durchschnittlichen Betrieb liegt der Stromverbrauch bei erträglichen 79,4 Watt. Bei anspruchsvollen Spielszenen schnellt er aber auf 300 Watt nach oben. All die Rechner sind absolut geeignet zum Zocken. Auf jeden Fall dieser Eraser. Das einzige Problem, was er hat, wenn die Volllast erreicht ist, dann wird das Ding mal so richtig laut. Ja okay, das WLAN ist jetzt auch nicht so toll, aber welcher Gamer braucht schon WLAN? Wir haben das Ding mit einer 1,55, was einem sehr gut ist, bewertet.